1,2,3,4,1,2,3,4, Hash, all time, oh ja. Vampir, der Lizard gegen dich allein. Mich ärgert es immer noch, dass ich Shen Shen genannt hab und nicht, äh, Tainalania. Ja, so sieht's aus. Steck die Butter weg, steck das Wachs weg und schmiert euch mit Miracle Whip ein. Es gab auch, glaub ich, ne Trophäe, die hieß Miracle Whip. Was haben wir für ein Jahr? Geht's bald los? Ich bin noch nicht bereit! So, ich warte, bis sie sich da vorne alle verknäuelt haben. So, mach gleich meinen Darm. Ich glaub, Shen, also ich hoffe mal, Shen reißt noch was. Ja, dankeschön. Und die nächste holt rein! Hey, pass doch nicht in die Leib! Hey, guckst der was? Im Ernst? Aha, ja, ordentlich! Okay, du hast noch 10 Sekunden, mach was raus! Nein! Oh, schade! Aber wir haben trotzdem gewonnen. Ich will das nicht sehen. Oh, was habt ihr denn für Drogen? Was wollten diese Whippy-Jungs doch gleich? Einen Best Trick Contest? Also los! Hatten wir doch eben schon. Spökes. Beste Trick. Aber überall. Ach, scheiße. Gehen wir mal hier vorne hin. Ach, wir haben nicht mehr viel Zeit. Ja, ich hab mit Miracle Witt mal echt lustige Sachen gemacht. Erzähl ich euch später. Yeah! Hier, Blair! Und gestanden! Aha! Das Team dürfte schwer zu schlagen sein. Ah, nein! Das wäre über 1000 geworden. Schade. So, haben wir eigentlich schon gewonnen. Was war das hier? Das gleiche wie eben, oder was? Was ist das? Nur halt. Junk. Jetzt gehen wir hier vorne hin. Weil, ist besser. Was für eine Rail? Achso, das oben, das. Ach komm, Mann. Berechnet vorher so ein Taschenrechner noch ausgerechnet. Nein, da muss ich so abspringen wie in dem Winkel. Schön. Schön. Der letzte war echt schön. Ist das der? Ich glaube, der war das. Und da haben wir wieder gewonnen. Also ich mag die Street Skate Sachen irgendwie mehr, weil die für mich irgendwie mehr Abwechslung sind. Und ich mach beim Trenny mach ich irgendwie immer die selbe Krache. Irgendwie das, was Punkte bringt. Äh. Ja, aber beim Street hab ich irgendwie mehr Spaß dran. Wir machen den Stern zuerst, ne? Ich hab jetzt, also auf den Pinöckel da hab ich jetzt keine Lust, weil das auch so lange dauert. Dann würde ich sagen, mach mal beim nächsten Mal. Ähm. Oder mach mal Hall of Meat. Oder mach mal Hall of Meat. Das wollten wir, glaub ich, eben schon machen, ne? Weiß jetzt nicht genau, ob das das ist. Ja gut, wobei. Dann gibt's halt, ich hab ja gesagt, ich mag hier die Map nicht so, aber ich hab vergessen, dass es diesen Part hier gibt. Ähm. Den find ich dann doch ganz hübsch. So. Machen wir erst der Troll auf Meat. Das ist da oben. Da müssen wir erstmal hinkommen, ey. Ich hab hier irgendwie noch keine Spots gefunden. Das find ich ein bisschen schade. Oder ich hab einen Spot ge- einen oder so. Auf jeden Fall nicht viele. Guck mal denn da hoch. Da oben. Da muss man doch bis da ganz hinten hinfahren. Ich weiß, dass ich nicht sp- Oh. Ich weiß, dass ich nicht springen muss. Um, äh, die Seite zu wechseln, aber das ist für mich irgendwie besser. Da kann man da. Kann nämlich aus... Moment. Was war das denn? So kann man machen, genau, um die Seite zu wechseln. Aber es muss doch ne Taste geben. Äh, womit ich mich in, in Fakey stellen kann. War hier nicht ne Treppe? Ne, anscheinend nicht. Dann nehmen wir die da. Ich glaub, das ist die einzige Treppe, um da hochzukommen, oder? Na ja. Ähm. Ich lass mal gucken. Ja doch. Gehen wir hier unten lang. Und diesmal nicht gegen das Rohr laufen. Weil das war beim letzten Mal schon ein bisschen huselig. Oh man, das gibt hier ne ganz schöne... Nein, wir machen das jetzt nicht. Haben wir das nicht schon gemacht? Gibt's hier echt zwei Stück? So. Oh, da ist noch ne Video-Challenge. Dann machen wir die mal zu ihr. Oh, das war... Oh. Da hab ich schlechte Erinnerungen. Das Salavista. Oh Gott. Das war, glaub ich... Ne, das war da drüben auf dem gelben, glaub ich, wo ich das Problem hatte. Was haben wir denn? Ähm. Gäbe auf erster Lüftung ein Manual darauf. Manual... Oh, das geht immer so schnell weg. Manual und Gap über beide Lüftungen. Manual und Gap. Ja, ist machbar. Manual und Gap von der dritten Lüftung. Also eigentlich nur Manual überall. Ja. Cool. Hier oben geht uns ganz bestimmt niemand auf die Eier. Amüsieren wir uns. Ich mach einfach überall Manual und Gap. Ich mach einfach überall Manual und Gap. Und Gap. So. Das... war easy. Hoffentlich hab ich das drauf. So. Schön. Done. Genau. Spot gefunden. Da haben wir's. Da haben wir den Übeltäter. Zementgrind. Da hab ich Probleme mit gehabt. Das sag ich immer und dann geht das auf einmal. Okay. Wie viel müssen wir denn? Tausend. Wow. 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 Das ist auf jeden Fall eine schlechte Idee auf der Oberen zu grinden. 1000. 1000 hätten wir schon mal hingekriegt. Gerockt. Taul... 1,7? Ich hoffe nicht über 2000. Das ist nämlich... Hm. Das wär ganz schön böse. 2000. Aber so, wie wir das gerade gemacht haben, sollte das funktionieren. Wat? Warum hab ich denn da schon 1000 gehabt? Nee, das war nichts. Ich weiß auch nicht, was meine Dame hier manchmal treibt. Mit zwei Tosen. Vielleicht sollte ich ein Dings doch vorher machen hier. Scheiße. Ähm, ein Grab anstatt ein Flip. Ja, das Blöde ist, was ich auch ein bisschen doof finde, wenn unsere Dame etwas langsamer wird, dann will die von dem Rail runter. Das ist das Problem. Deswegen kann ich hier nicht bis zum Ende einfach durchziehen. Und springt dann halt einfach teilweise runter. Fünf, sechs ist auch nicht so geil, ne? Ja. 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 ? Soll ich, das geht? Dann. Ja. 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 Vielen Dank.